Real Madrid will Kylian Mbappé Salzburg spielt um die Champions League Gruppenphase und Lukas Weisheidinger ist fix im Diamond League Finale. Das sind ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem Corona TV Sportstudio. Das Transferfenster ist in den europäischen Top-Ligen noch bis 31. August geöffnet und ein hochkarätiger Wechsel könnte eventuell bald in trockenen Tüchern sein. Laut einem Bericht der französischen L'Equipe soll Real Madrid 160 Millionen Euro für Kylian Mbappé bieten. Von beiden Klubs gibt es diesbezüglich aber noch kein Kommentar. Seitens PSG scheint die Position aber unverändert. Mit dem 22-jährigen Sturmjuwel wollen die Pariser zumindest bis Juni 2022 planen. Falls Mbappé zu den Königlichen wechselt, wäre Richarlison vom FC Everton ein potenzieller Ersatz. Der 24-jährige Brasilianer ist in der Offensive variabel einsetzbar und auch mit Neymar befreundet. Beim nächsten Kandidaten könnte aus einem Leihgeschäft bald eine fixe Verpflichtung werden. Yusuf Demir hat beim FC Barcelona bisher auf ganzer Strecke überzeugen können. Der erst 18-Jährige hat im Spiel gegen Athletic Bilbao eine halbe Stunde gespielt und ist seitdem in den spanischen Medien omnipräsent. Laut des größten katalanischen Radiosenders hat sich Barcelona bereits dazu entschieden, rapid die 10 Millionen Euro zu zahlen, die gemäß der Kaufoption in dem es Vertrag zu entrichten sind. Erst gestern äußert sich ÖFB-Teamchef Franco Fodor zu seinem Schützling, der im 25-Mann-Kader von Österreich steht. Er hat eine extreme Entwicklung genommen in diesen paar Wochen. Ich habe auch gestern oder vorgestern mit ihm telefoniert. Auch am Telefon wirkt er viel aufgeschlossener. Man sieht schon, dass gerade auch so ein Wechsel viel bewirken kann bei einem Spieler. Es ist ganz, ganz wichtig für ihn, auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Er lernt mittlerweile auch Spanisch. Und während die Katalanen schon fix in der Königsklasse mitspielen, sieht sich der FC Salzburg gewappnet für das heutige Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Bröndby. Nach dem 2-1-Hinspiel-Sieg in Walsitzenheim haben die Salzburger eine gute Ausgangsposition. Cheftrainer Matthias Geisle gibt in der abschließenden Pressekonferenz gestern Abend einen Einblick in die Vorbereitung. Ein Stück weit natürlich erstmal taktische Natur. Das gehört ja zu einer normalen Vorbereitung dazu. Aber ich habe sie schon auch sensibilisiert, was sie morgen hier erwarten wird. Die Bröndby-Fans sind ja bekannt dafür, dass sie die Mannschaft absolut zu 100 Prozent unterstützen. Und das werden sie morgen auch machen. Deswegen wissen die Jungs, was da morgen auf sie zukommt und sind gut vorbereitet. Neben einer angemessenen Vorbereitung verfügen die Salzburger auch über eine perfekte Bilanz in der bisherigen Saison. In sieben Pflichtspielen holen die Mozartstädter sieben Siege. Hinzu kommen auch noch zwei beeindruckende Testspielsiege gegen Atletico Madrid und den FC Barcelona. Trotzdem gibt es bei den Dänen einige Rückkehrer, nachdem sie im Hinspiel aufgrund von Corona noch aussetzen mussten. Ja, ich habe es leider auch nur jetzt medial verfolgt. Ich habe jetzt noch keinen aus dem Staff von Bröndby gefragt, wie es dann tatsächlich ausschaut. Wir gehen davon aus, dass einige zurückkehren. Inwieweit das die Startelf beeinflusst, kann ich nicht abschätzen. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie Bröndby Fußball spielt, ist unabhängig von dem Personal, das aufläuft. Und Salzburg hat vor allem ausreichend Personal und Qualität, um zum dritten Mal in Serie in die Champions League-Gruppenphase einzuziehen. Damit wären die Bullen das zweite österreichische Team, dem dieses Kunststück gelingt. Nur Sturm Graz konnte sich zwischen 1998 und 2000 dreimal in Serie für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren. Anpfiff ist heute um 21 Uhr. Bereits gestern ist Peter Stöger mit Ferencvaro Spudopest in der Quali an Young Boys Bern gescheitert. Die Ungarn verlieren auch das Rückspiel mit 3 zu 2 und müssen sich mit der Europa League zufrieden geben. Und vom Fußball kommen wir noch zur Leichtathletik. Lukas Weisheidinger hat nach dem Bronzemedaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Tokio ein weiteres Saisonziel erreicht. Der Oberösterreicher wird am Finale der Diamond League teilnehmen. Am Dienstag schleudert der 29-Jährige die Diskoscheibe auf 62,94 Meter und wird hinter den Briten Lawrence Okoye Zweiter. Weisheidinger ist happy mit seiner Leistung und freut sich, dass seine aktuellen Trainingsleistungen zu einer Konstanz auf Wettkampfebene führen. Damit ist er am 9. September für das Diskuswurf-Finale der Diamond League in Zürich qualifiziert. Lukas Weisheidinger ist nach drei von vier Quali-Bewerben auf dem dritten Rang. Sechs Diskuswerfer sind dann am Finaltag antrittsberechtigt. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Wir drücken unseren Salzburgern die Daumen, dass sie es wieder in die Gruppenphase schaffen und kümmern uns vor allem am Morgen Donnerstag darum, dass auch Rapid, Lask als auch Sturm Graz weiterkommen.